Ihr wollt euren Stromvertrag easy online abschließen? Bei den Stadtwerken Jena geht das ganz einfach. Ich zeige euch das mal kurz. Dafür braucht ihr euren Laptop oder euer Handy. Ich mache das ganze am Laptop vor, um es euch besser zeigen zu können. Aber mit dem Handy wären es dieselben Schritte. Okay, los geht's. Gebt in euren Browser einfach stadtwerke-jena.de ein und schon seht ihr groß den Preisrechner. Gebt dann einfach in das entsprechende Feld eure Postleitzahl ein und in das andere, wie viel Strom pro Jahr ihr verbraucht. Solltet ihr das nicht wissen, ist das gar kein Problem. Ihr könnt stattdessen auch einfach angeben, wie viele Personen bei euch im Haushalt leben. Wenn ihr auf jetzt berechnen klickt, werden euch alle verfügbaren Stromprodukte angezeigt und wie viel diese im Jahr kosten würden. Geht auf den Pfeil nach unten, um euch alle Informationen zu den jeweiligen Produkten anzeigen zu lassen. Schaut euch alles in Ruhe an und entscheidet dann, welcher Stromvertrag am besten zu euch passen würde. Wenn ihr auf den Button jetzt bestellen klickt, ist noch nichts bestellt. Ihr startet lediglich den Bestellvorgang. Füllt nun alle notwendigen Felder zu eurer Person, Anschrift und wie ihr bezahlen wollt aus. Am besten besorgt ihr euch eure Zählernummer schon im Vorfeld. Dafür könnt ihr beispielsweise euren Vermieter fragen. Aber keine Sorge, wenn ihr Übergabedatum, Zählerstand und Zählernummer noch nicht wisst, könnt ihr diese auch nachliefern. So, nun nochmal alle Eingaben prüfen und die Bedingungen hier und hier akzeptieren. Am besten vorher nochmal durchlesen. Sagt hier, ob ihr News zu noch weiteren Stadtwerkeangeboten erhalten wollt und falls ihr einen Aktionscode habt, vergesst nicht diesen hier einzugeben. Jetzt nur noch auf verbindliches Vertragsangebot absenden klicken und dann war's das auch schon. Ihr bekommt eure Zugangsdaten sowie eine Zusammenfassung eures Auftrages per E-Mail zugesendet. Eine Vertragsbestätigung sowie weitere Informationen werden dann an die Postbox im Kundenportal geschickt. Das war's auch schon. Ganz einfach, oder? Und das Beste bei den Stadtwerken Jena? Hier bekommt ihr immer zu 100% nachhaltigen Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Ganz egal welchen Stromtarif gewählt. Ihr tut damit auch immer aktiv etwas für den Klimaschutz.